Ich muss die Seifenblasenmaschine abschalten. Tigerkrall! Keine Sorge, ihr Kleinen. Die Seifenblasenmaschine ist abgeschaltet. Tierkinder, wo seid ihr hin? Horstfleck! Oh nein! Alle neun Tierkinder fliegen in den Seifenblasen davon. Die armen Kleinen, wir müssen was unternehmen. Ja, wir müssen ganz schnell die Seifenblasen einholen. Dann können wir die Kinder retten. Na dann, los! Haltet durch, ihr Lieben! Wir kommen! Seht nur, die Maschinen hier stellen klebrige, weiche Kaugummis her. Ich glaube, wir sind in einer Kaugummi-Fabrik! Da fliegen die Elefanten! Die kleinen Elefanten fallen in die Kaugummi-Masse! Und jetzt kleben sie darin fest! Sieht nicht gut aus! Wir müssen sie da rausziehen! Aber wie? Die Kaugummi-Masse ist super klebrig! Hey, ich weiß, womit wir sie rausziehen können. Mit einer Angel! Ja! Seht mal! Angeln können mit viel Kraft Sachen hochziehen. Weil sie eine lange Schnur haben, die durch viele Zahnräder hochgezogen wird. Ein kleines Zahnrad dreht ein größeres und dadurch bekommt die Angel viel Zugkraft. Hm, aber wo wollen wir hier in der Fabrik denn so eine Angel finden? Wir müssen hier gar keine Angel finden. Wir bauen uns einfach eine. Zuerst brauche ich eine Angelschnur. So heißt das lange Seil, das sich absenken und festhaken kann. Um die Angelschnur zu bauen, ruft Angelschnur! Angelschnur! Als nächstes brauche ich die Zahnräder. Wenn die sich drehen, ziehen sie die Schnur mit Kraft nach oben. Um die Zahnräder zu bauen, ruft Zahnräder! Zahnräder! Zuletzt brauche ich noch die Kurbel. Das ist der Teil, der die Zahnräder dreht. Um die Kurbel zu bauen, ruft Kurbel! Kurbel! Oh ja! Jetzt bin ich eine Angel-Monster-Maschine! Wow! Hilfe! Los, kommt alle mit! Auf geht's zur Elefantenrettung! Angelschnur auswerfen! Klasse! Wir haben dich! Jetzt benutzen wir die Angel, um die kleine Annie mit viel Kraft aus der Kaugummi-Masse rauszuziehen. Helft mir, die Zahnräder dreimal zu drehen. Zählt bis drei mit mir! Eins, zwei, drei! Ich hab dich, Annie! Annie! Sehr gut! Ich bin hier! Oh, seht mal! Da ist der kleine Olli! Wir kommen, Olli! Angelschnur auswerfen! Ja, getroffen! Olli klebt noch viel fester im Kaugummi. Um ihn mit der Angel rauszuziehen, drehen wir die Räder jetzt viermal. Zählt bis vier mit mir! Eins, zwei, drei, vier! Ja! Du bist gerettet, Olli! Jetzt müssen wir nur noch einen Elefanten retten. Die kleine Elli! Hilfe! Ich klebe fest! Angelschnur auswerfen! Hurra! Elli steckt in dem klebrigsten Kaugummi fest. Um sie herauszuziehen, drehen wir die Zahnräder siebenmal. Zählt bis sieben mit mir! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben! Ich hab dich, Elli! Ihr habt sie gewollt! Das haben wir doch gerne gemacht. hat dich würde mir Trend's übernommen. Das ist eine K compareden X2. Du bist ne kilo Pretoisier. Vater?